Sauer? Nein. Was? Boah, ich hab gesehen. Das war Naldo. Ich bin wieder am smashen, den Game. Ich bin wieder am smashen, oder? Ja. Im Schlaf, oder? Ich hab Isa vorhin gesagt, rolle unten, oder? Was soll ich? Was soll ich? Wir werden Sims Häuser bauen, oder? Win-Challenge 24 Stunden ins Wort, oder? Ey, du hast gar nicht. Ich lieb's. Ich lieb's. Ey, ich werd jedes Mal Sims spielen, ich weiß nicht. Es macht einfach so Spaß. Warte mal, ich stream 24 Stunden zusammen, aber du spielst Sims und er spielt FIFA? Ja. Nice. Geil, geil. Ja, das haben wir schon mal gemacht. Ein guter Kompromiss. Beide Games sind ziemlich entspannt, oder? Ja. Ja. Wir haben Schlaf, oder? Boah. Im Biss. Ichszym. Ich chock einfach für Moments. Bin zu schlecht. Nein. Nein, oder ich choke, wenn ich Tempo-Boost choke, ich pack mein Leben nicht. Vor dieser Clip um 4 Uhr morgens, wo diese Gartemove-Musik bei Minecraft kam, war crazy. Welche Musik? Meinst du die Musik? Ja, ja. Grabenmusik. Was? Oh. Ja. Das ist Grabenmusik. Ich glaube, ich bin wieder auf dem Modus mit dem Enthalten. Boah, das war crazy. Um 4 Uhr morgens, Digga. Was hast du da zu mir gesagt, hä? Ey, das hat richtig lachnisch geschoben im Hintergrund, ne? Oh, da haben wir es kaputt gelacht. Nein, ich war da. Oh, du rufst, du rufst, du rufst, du rufst Riede, du rufst mich, du rufst Kato. Und was sagst du mir? City! Und Peitschensounds. Oh, that's crazy. Was lachst du da? Hast du auf dein... Ich schwör auf alles, dass du auf deinem Soundboard kein Peitschensound hast. Ich schwör auf alles, ich hab auf meinem Soundboard kein Peitschensound, sondern ein Sound mit, äh, so Clap. Also so wie bei RP, wenn ich so, wenn ich irgendwen schlage, dann kommt dieser Sound. Mach mal an. Mach mal Clap an. Wo ist Clap? Warte, ich muss gleich raushauen. Was macht der, pretty? Ich weiß gar nicht, wo ich den habe. Das war gar nicht Clap, du hast teleportiert. Ja, das war teleportier-Sound, wenn ich auch in RP mich move oder so, weißt du? Ja, ich schwöre den, Clap, ich schwöre den Clap hören. Okay, warte, ich will den gleich raus, ich bin grad ingame. Ich sag Bescheid, wenn du gemacht hast. Was ist euer Lieblingstee? Grüner Tee. Grüner Tee. Grüner Apfel. Grüner? Ja, das ist ein türkischer grüner Tee, ja. Kennst du diese? Ich trinke grad grünen Tee mit Apfel, äh, Ingwer, Zitrone. Nein, Bruder, ich wollt schon... Weil ich krank gemacht bin. Okay, Bruder, wie oft sagst du, dass du krank bist, Bruder? Weil ich deswegen Tee trinken muss. Ja und jetzt? Er ist sick. Oh nein, kümmere dich um deinen Direktor und... Okay, was brauchst du, was brauchst du? Das sind die Discord-Calls um... Okay, okay. Okay. Später, später, später. Und drücken? Drücken schrauben? Auch. Okay. Mach ich, mach ich, mach ich. Mann, ich bin so schlecht für Moments. I like this. Oh, das ist cute, girl. Oh, ja. I like this cute. Black Queen. Ey, Donald, da kommt Joker raus. Oh, Lathen. Lathen ist riesig. Mönig soll er sein? Hab ich gehört. und leuten die den guckt haben der hast du denn nicht aber das hat denn es ich wollte einfach nur so lange fragen müssen wir die fragen ausgeht warum wieso spaß es gibt so ein clip schwöre das beschreibt eigentlich was du und wie die für menschen sind dieser redet über ihren pc und ich schwöre hätten sie einfach so straight up hätten sie einfach so steht ab fünf minuten voll und sie zeigt alles von ihrem pc und redet so über alles die arme das war so gemeint von euch das heute denke ich dann auch dran und versuchen zu helfen wohl so wie bei denks wo wir dem ein mit dem auto geholfen das war auch krass ich würde nicht angezeigt von dem niemals deswegen wurdest du gesucht oder das damals schon wie damals schon angezeigt worden hey hold up meinst du es ernst ja hat man ihn gesehen oder was im blog ja und deswegen warum hat er nichts gesagt so gerne wenn ich gesehen dass wir gefilmt haben egal ich darf nicht so viel darüber reden glaube ich obwohl es eigentlich schon durch hätte ja danach noch mal drüber reden können na gut wie sagen wir in welcher stadt in korea bist du bist du in seoul und das ist cooler als japan anderer bei also was heißt cooler das kann man jetzt nicht wirklich definieren ist halt einfach anders aber wieso das sieht fast gleich aus warum sieht das gleich aus ich würde sagen die sind in korea noch mal etwas aufgeschlossener gegenüber foreigners ja aber sie sind so gleich schön oder städte sehentlich aus finde ich also wenn du das meinst was du meinst was ich denke was du meinst dann sage ich ja eigentlich in tokio sieht schon cool aus ja cool als so glaube ich ist auf jeden fall sehr nice trust rot lang ist du du gehst auch dahin oder und sind ich oktober ist er der geht japan isa modelt für surrier so crazy willst du jetzt meinen clap sound hören naja mach an warte ja hast du gehört ja habe ich gehört das ist keine patsche da hat jemand in die hände geklatscht würdest du mir sagen da hat jemand in die hände geklatscht ganz schön doll oder nicht aber ein usb gerät ist ein bisschen arsch ist die ganze zeit weil war kein kontakt ich brauche mich so auf minecraft für jetzt schon minecraft spielen das ist 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 das Was ist los? Ich habe hier gerade eine Challenge, nenne ich. Welche Challenge? Das machst du. In FIFA. Oh, ja, damit ich eh verloren. Okay. Oh, maybe das? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich habe gerade einen anderen Vibe-Chat. I'm trying. Das ist voll schwer. Oh, ja. Oh, ja. Chat, ich muss es jetzt schaffen bei uns. Sieht man das? Das ist das so probiere. Oh, no. Ja, ich muss dich kurz qualifizieren, Chat. Was soll ich machen? Isar, wie alt bist du noch mal? 22. 23? 22. Du bist keine 22 dieser. Wer bist du? Gott, nicht. 22. Oder ich schwöre, ich werde 22 dieses Jahr, Digga. Was bin ich für ein Bastard? Bin ich für ein bisschen frei in der Meer? Ja, 2000. Prost. Ey, Israel. Nein, ne. 24. Wenn du 24 bist, bist du in Korea- Plus ein Jahr. Äh, mein ich ja. Bist du ja ein Jahr älter da. So sad. Also, bist du 25 in Korea? Digga, ey, ich werde 22, Chat. Stimmt, du hast ja einen November Geburtstag. Boah, Digga. Oh, der ist. Ey, langsam geht es wirklich Richtung diese Ernste. Weißt du, wie ich meine? Nein. Ja, doch, 22 schon diese Ernste leben eigentlich. Ich bin voll der Penner, wenn jemand so überlegt. Nein, ich hoffe, das zu sagen. Du bist kein Penner. Geht man mit 22 so im Museum, Chat? Nein. Ab 26 so. Glaube ich. Es gibt Leute, die gehen mit 60 nicht mehr ins Museum, weil die es sehr uninteressant finden. Rede, so einer wäre ich. Ich war dieses Jahr einmal im Museum. Eigentlich Lacher, Chat, wenn ich vor... Ne, ja. Was, Lacher? Was? Zusammen schlafen, ne? Ja. Du bist ein Jahr jünger als ich, ne? Ja, anderthalb. So. Ich bin zweiter Vierter. Weißt du, was crazy ist? Ich schon Eldon sind einfach so... Was... Eure Jugend so... Äh... Was war so in eurer Jugend? Was ging da ab? Ja, bei uns war Corona einfach, ne? Ja, unsere Jugend war einfach...